Großes Medienaufkommen Unser neuer Keeper und österreichische Nationalgoalie Robert Alma wurde am Montag nach dem Mittagessen in einer Presserunde offiziell vorgestellt. Natürlich waren auch alle großen TV-Sender Österreichs vor Ort. Im Anschluss an das Pressegespräch nahm sich Alma noch Zeit für ein Pool-Interview vor dem Hotel. Klasse Tor Im Vormittagstraining gelang unserem Mittelfeldspieler Edgar Pripp ein Tor der besonderen Art. Und natürlich war diese Hütte genauso gewollt. Ich habe ganz genau gesehen, dass der Tor so weit draußen steht und habe das Ding reingechippt. Spaß am Nachmittag Sinnflutartige Regenfälle gab es am Nachmittag während der zweiten Trainingseinheit. Nichtsdestotrotz hatten unsere Jungs sichtlichen Spaß an ihrer Arbeit. Kinan Karaman bei 96TV Am Abend unterhielt sich 96TV mit unserem Neuzugang Kinan Karaman, der unter anderem über seine persönlichen Ziele mit 96 redete. Ja, also erstmal persönlich will ich natürlich hier die Spiele, die wir hier haben, erstmal gut bestreiten und natürlich auch den Trainer gute Argumente liefern. Und ja, natürlich will ich jetzt in meiner zweiten Bundesligasaison noch mehr Einsätze kriegen und mich Stück für Stück an die Bundesliga heranarbeiten. Alle Beiträge in voller Länge seht ihr kostenlos auf unserem YouTube-Channel. Klickt euch rein auf www.hannover96.de 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 Und ja, Untertitelung des ZDF für funk, 2017